Die naturnahen und ungestörten Wälder der Pfalz beherbergen eine einzigartige und vom Aussterben bedrohte Tierart. Neben den anderen bekannten Wildarten wie Rot, Reh und Schwarzwild, lebt diese Art fast unsichtbar in unseren Wäldern. Hier zwischen Bäumen, Gräsern, Geäst und Strauchwerk bewegt sie sich vor allem nach Sonnenuntergang. Eine der ältesten Bewohner deutscher Wälder. Schleichend, anmutig und wild. Felis Silvestris Silvestris, die europäische Wildkatze. Untertitelung des ZDF, 2020 Die europäische Wildkatze gehört zu der Ordnung der Raubtiere. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird sie als Wildkatze bezeichnet. Die Wildkatze ist nicht mit der Hauskatze zu verwechseln. Das Erscheinungsbild ist oft massiger und bulliger, besonders im Winterfell. Ausgewachsen misst sie bis zu 120 Zentimetern und wiegt 8 Kilogramm. Ihre Augen liegen weiter auseinander als die der gemeinen Hauskatze und ihre Ohren laufen spitzer zu. Im vorderen Bereich des Schädels liegen die Schneidezähne. Die großen Zähne dahinter sind die sogenannten Eck- oder Fangzähne, mit denen die Wildkatze ihre Beute greift. Im hinteren Teil des Gebisses liegen die Reißzähne, mit denen sie die Beute zerschneidet. Die Wildkatze ist ein sogenannter Pirschjäger. Unbemerkt schleicht sie sich an ihre Beute heran und tötet diese durch einen schnellen, starken Biss ins Genick. Zu 80 Prozent ernährt sich die Wildkatze von Kleinsäugern wie den Wühlmäussen. Nur gelegentlich greift die Wildkatze auf andere Tiere wie Vögel, Reptilien und Junghasen zurück. Aas verschmäht sie in der Regel. Die wohl auffallendsten Merkmale der Wildkatze sind ihre Größe, ihre Fellzeichnung und ihr Schwanz. Oft weist er an der Spitze eine Dreierringelung auf und endet stumpf. Das Fell der Wildkatze ist nicht kontrastreich, sondern wirkt verwaschen. Jedes Tier besitzt, trotz großer Ähnlichkeit, eine andere Fellzeichnung. An der Innenseite der Schenkel weist das Fell eine rötliche Färbung auf. An ihrer Sohle befindet sich ein kleiner schwarzer Fleck. Aber die eindeutigsten Merkmale der Wildkatze im Vergleich zur Hauskatze sind nur am Totentier feststellbar. Es sind das größere Hirnvolumen, der längere Darm und natürlich der genetische Fingerabdruck. Der nächst nähere Verwandte der Wildkatze, der auch bei uns heimisch ist, ist der eurasische Luchs. Er gehört zur Gattung der Luchse und wird in Bezug auf die Wildkatze gerne als großer Vetter bezeichnet. Die europäische Wildkatze ist in großen, zusammenhängenden und vor allem in ungestörten Waldstücken sowie Lichtungen zu Hause. Bevorzugt lebt sie in alten, lichtdurchfluteten Laubwäldern mit genügendem Altholzbestand und Unterwuchs. Die Größe des Reviers ist abhängig vom Angebot der Beutetiere, weshalb ein Revier je nach Gegend und Struktur unterschiedlich groß sein kann. Ist der Lebensraum optimal, ist ein Revier zwei bis drei Quadratkilometer groß. Auch in Felswänden sucht die Wildkatze Schutz und Zuflucht. Wildkatzen sind Einzelgänger. Nur in ruhigen und naturnahen Waldstücken hat die Katze die Möglichkeit, ihre Jungen zu werfen und aufzuziehen. Solch ein Wurzelteller wird von der Wildkatze gerne als Wurfplatz genutzt. Genauso diese Eiche, die mit ihren starken Ästen und Höhlungen einen hervorragenden Wurfplatz bildet. Doch einige Bäume, die der Wildkatze als Wurfplatz dienen könnten, werden wegen ihres geringen wirtschaftlichen Wertes geringelt. Dr. Matthias Herrmann erklärt. Diese 30-jährige Eiche wurde geringelt und wird jetzt innerhalb des nächsten Jahres sterben. Das wurde gemacht, weil sie wirtschaftlich einen relativ geringen Nutzwert hat. Aus ökologischer Sicht ist das sehr, sehr schade, weil die hätte das Potenzial in 150 Jahren, einen herrlichen alten Eichenbaum mit starken Ästen und Höhlungen zu ergeben, wo eine Wildkatze dann erfolgreich ihre Jungen großziehen könnte. Aber das ist nun vorbei. Obwohl sich der Wildkatzenbestand in jüngster Zeit etwas erholen konnte, da sie durch das Jagdverbot nicht mehr getötet werden darf, wird sie durch die immer häufigere Zerschneidung der Wälder bedroht. Heute versucht man dem verstärkt mit Artenhilfsmaßnahmen entgegenzuwirken, um der Wildkatze zu helfen. Doch was, wenn die natürlichen Ressourcen für die gefährdete Art nicht mehr ausreichen und es an sicheren und geschützten Geheckplätzen mangelt? Ludwig Simon, Referatsleiter im Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, der sich mit dem Schutz und der Erhaltung dieser Art beschäftigt, weiß Bescheid und stand für ein Interview zur Verfügung. Wir haben hier auch eine besondere Situation. Wir stehen hier im Pfälzerwald an der französischen Grenze. Und hier befindet sich eine Linie der alten Westwaldbunker, die von der Pfalz über den Hunsrück bis in die Eifel reichen. Und in diesen alten Gebilden, die alle mittlerweile zerstört sind, gesprengt sind, finden sich Wildkatzenreviere bzw. Geheckplätze, also Plätze, an denen die Katzen ihre Jungen zur Welt bringen. Diese brauchen sie, diese ruhigen Plätze, damit sie überhaupt einen gewissen Reproduktionserfolg haben. Weil eine Situation ist die, dass wir eigentlich für die Katzen zu wenig sichere, trockene Geheckplätze haben. Das können zum Beispiel alte, hohle Bäume sein, die es gar nicht mehr gibt oder selten gibt. Oder eben auch diese Westwaldbunker. Neben dem Artenschutzprojekt haben wir noch verschiedene andere Untersuchungen gemacht, um die Gefährdung der Art näher zu analysieren. Also eine Untersuchung diente zum Beispiel der Analyse der Gefährdung durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in sogenannten Förderrevieren. Haben wir in verschiedenen Musterrevieren untersucht, welche forstwirtschaftlichen Maßnahmen sich positiv oder negativ auf die Katze auswirken, um da entsprechend entgegenzusteuern. Und der größte Aspekt der Gefährdung liegt im Straßenverkehr, also in der Zerschneidung der Landschaft. Und ganz konkret in der Situation, dass Wildkatzen sehr oft überfahren werden an Straßen. Und tatsächlich ist die häufigste Todesursache der Wildkatze das Überqueren der Straße. Herr Helmut Schneider, Referatsleiter im Landesbetrieb Mobilität in Koblenz, konnte uns dazu Auskunft geben. Im Rahmen von Straßenplanungen haben wir es öfters oder eigentlich fast immer mit Zerschneidung von Lebensräumen bedrohter, seltener Tierarten zu tun, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Leitarten sind hier beispielsweise Wildkatze, Rotwild. In letzter Zeit kommt der Luchs hier und da noch dazu. Diese Arten werden von uns im Rahmen der Planung bereits berücksichtigt. Wir versuchen, spezielle Maßnahmen durchzuführen, um den Arten einen weitestgehenden Schutz zu bieten. Wildkatzen können in der Wildnis bis zu zehn Jahre alt werden. Doch finden fast 50 Prozent der Tiere ihr vorzeitiges Ende beim Überqueren von Land- und Schnellstraßen, die durch ihre Reviere verlaufen. Um dem entgegenzuwirken, wurden viele Querungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Wildtierbrücken, errichtet, um den Wildkatzen den direkten, gefahrvollen Gang über die Straßen zu ersparen. Dazu haben wir auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich Gedanken gemacht hat, modelliert hat, wo zum Beispiel bei uns in Rheinland-Pfalz die größten Wildkatzen-Korridore sind oder überhaupt Wildtier-Korridore. Da haben wir neben der Wildkatze den Luchs und den Rothirsch beachtet. Und da versuchen wir durch Wildtierbrücken die Landschaft durchgängig zu machen und die Situation in der Landschaft auch besser zu vernetzen. Querungsmöglichkeiten sind allerdings auch, gerade in letzter Zeit, die sogenannten Wildbrücken. Grünbrücken, die nur gebaut werden, um Wildtieren das Überqueren der Straße zu ermöglichen und somit den Zerschneidungseffekt aufzuheben. Diese Grünbrücken haben Breiten zwischen 30 und 50 Metern, sind bepflanzt. Sie sollen nicht benutzt werden von Landwirten, von Forstwirten, von Jägern. Sie sollen auch möglichst nicht benutzt werden von Fußgängern, von Spaziergängern, so dass die Tiere in Ruhe diese Brücke als Korridor benutzen können. Um diese gefährdete Art zu schützen, wird sie im Rahmen des Artenschutzprojektes und weiterer Vorhaben von Forschern und Naturschützern begleitet und überwacht. Diese Überwachung soll helfen, dieses schöne, doch scheue Tier besser zu verstehen und seinen Bestand weiterhin zu sichern. Der erste Schritt bei der Überwachung ist die Ermittlung der Wildkatzenvorkommen. Hierbei nimmt sich der Mensch die Technik zu Hilfe, in diesem Fall solche Fotofallen. Wird einer dieser Lichtzensoren an der Front der Kamera gereizt, wird ein Foto von dem Objekt geschossen und hält so die Daten der Vorkommen fest. Wurde eine Wildkatze erfasst, werden im Umkreis der Fotofallen Fangboxen aufgestellt. Mit Hilfe von Baldrian, der als attraktiver Köder dient, werden sie dort in die Falle gelockt. Die Boxen sind für das Tier absolut ungefährlich und fangen es, ohne die Katze in irgendeiner Weise zu schädigen oder gar zu verletzen. Regelmäßig werden die Fangboxen kontrolliert, sodass keinerlei Gefahr für die Wildkatze besteht. Nun gilt es, Geduld zu haben. Es kann längere Zeit dauern, bis sich ein Erfolg zeigt. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen hat es geklappt. Nachdem die Katze eingefangen wurde, wird sie zuerst schmerzlos betäubt. Dies geschieht zur Sicherheit des Tieres, um ihr gefährlichen Stress zu ersparen. Daraufhin wird die Katze untersucht, vermessen und gewogen. All diese Daten sind für die Bewertung und spätere Zuordnung des Tieres wichtig und werden bei Studien und Statistiken verwendet. Schließlich wird das schlafende Tier mit einem Sendehalsband versehen, das es ermöglicht, die späteren Wege des Tieres zu verfolgen und es wiederzufinden. Das Halsband stört die Wildkatze nicht. Nach den Besendern wird die Katze zurück in die Box gelegt, wo sie ungestört aus der Betäubung aufwachen und schließlich zurück in die Freiheit entkommen kann. Durch das Sendehalsband, das die Katze nun trägt, ist es möglich, sie zu orten. Telemetrie. So nennt man diesen Vorgang, bei dem der Sender am Halsband der Katze mit Hilfe solcher Ortungsgeräte aufgespürt wird. Alle Bewegungsdaten werden durch die Telemetrierung gesammelt und geben Auskunft über Lebensräume und deren Nutzung durch die Katze. Wie groß ist ein Revier? Wie weit und wohin wandern Wildkatzen? Diese Fragen beantwortet uns die Telemetrie. Anhand einer Modellierung der errechneten Wanderkorridore zwischen Bienwald und Pfälzerwald im Bereich des eingeblendeten Pfeils hat die Telemetrierung Folgendes gezeigt. Die Wildkatzen, hier dargestellt als Ortungspunkte in verschiedenen Farben, bewegen sich tatsächlich auf diesem Korridor. Nun kann damit begonnen werden, die Wanderroute zu optimieren und Gefahren einzudämmen. Dr. Matthias Herrmann von der Firma Ökolog war einer der ersten in Deutschland, die Wildkatzen besendet haben. Was wir hier hören, ist das Signal, das aus einem Halsband kommt, dass wir der ersten Katze, die wir hier gefangen haben, der Katze Nina, umgezogen haben. Und das sendet Signale auf Radiofrequenzen aus und ich kann mit der Antenne eben Orten, aus welcher Richtung das kommt, und so den Standort des Tieres feststellen. Das Ganze, was wir hier machen, dient dazu, zu prüfen, inwieweit Wildkatzen von Straßen betroffen werden. Denn wir finden sehr viele tote Katzen auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und wir hoffen, hier Verbesserungen erzielen zu können, indem wir Gefährdungsstellen anders gestalten, indem wir für Grünbrücken für die Tiere sorgen, sodass sie sich wieder ausbreiten können. Und das ist ganz wichtig. Wir haben in Rheinland-Pfalz schon 1996 mit dem Artenschutzprojekt Wildkatze im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz begonnen und führen dieses Artenschutzprojekt bis heute durch. Und wir haben zu unserem Erstaunen festgestellt, dass die Wildkatze immerhin inzwischen in 30 Prozent des Landes vorkommt, in allen Bereichen, wo größere Wälder sind, die unzerschnitten sind. Und wir wissen auch etwa, wie viele Tiere es sind. Und das ganz Besondere ist, dass wir hier ein zusammenhängendes, größeres Vorkommen mit Nordostfrankreich haben. Und dass dieses Vorkommen das letzte Vorkommen in Mitteleuropa ist, was entsprechend eine genetische Reinheit hat und was auch noch eine entsprechende Zahl hat, um langfristig überleben zu können. Und darum steht das Land Rheinland-Pfalz und wir mit unserer Arbeit in einer ganz besonderen Verantwortung, dieses letzte große Vorkommen der Wildkatze zu erhalten. Und darum bemühen wir uns. Zu jedem Artenschutzprojekt gehört natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ja auch zum Beispiel unser heutiges Tun, dass wir hier stehen und jetzt diesen Film entstehen lassen, kommt ja daher, dass wir ein gemeinsames Projekt haben im Bereich des Freiwilligen Ökologischen Jahres zwischen dem Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht und dem offenen Kanal Ludwigshafen. Das ist ein Baustein, mit dem wir versuchen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ein anderer Baustein sind zum Beispiel Umweltbildungsmaßnahmen in der deutsch-französischen Grenzregion. Und was wir dann auch noch machen, sind zum Beispiel Veranstaltungen, Exkursionen und vieles mehr rund um die Wildkatze, damit die Leute eben erfahren, wie es um die Art steht und welche Gefährdungen sie hat und was man auch konkret für sie dann tun kann. Vom Naturerlebniszentrum Wappenschmiede aus haben wir gemeinsam mit unserem französischen Partner, Lepiver, verschiedene Umweltbildungsveranstaltungen zum Thema Wildkatze durchgeführt. Dafür haben wir jeweils eine deutsche und eine französische Klasse zusammengeholt, um einen Tag zum Thema Wildkatze gemeinsam zu verbringen. Hierbei ging es neben der Begegnung der deutschen und der französischen Schüler natürlich auch um die Vermittlung über die Wildkatze. Und zwar sollten sich die Kinder vormittags erstmal die Eigenschaften und Merkmale und Besonderheiten der Wildkatze aneignen, um dann nachmittags, wenn sie sich quasi schon in das Tier hineingedacht haben, gemeinsam in den Wald zu gehen und das Revier zu erkunden. Im Anschluss an die Reviererkundung kommt natürlich auch noch die Bedrohungsursachen, wo besprochen wird, was für Probleme die Wildkatze hier bei uns hat, wie man ihr helfen kann und was die Kinder auch selber dafür tun können. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass die europäische Wildkatze uns auch noch in Zukunft erhalten bleibt, bevor sie ganz aus unserem Blick verschwindet. Wildkatze 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 Wildkatze